Es war schon immer mein Wunsch, ganz viele Menschen zusammenzubringen unter dem Licht der Liebe, um uns hier auf der Erde die Möglichkeit zu geben, unsere Aufgabe zu erfüllen und Licht und Liebe zu bringen, Heilung zu bringen, um einfach eine bessere Welt zu schaffen. Ich habe es dann irgendwann das erste Mal gehört, wir machen ein spirituelles Treffen und darauf bin ich sofort angesprungen und dann war das zweimal in Marburg die letzten zwei Jahre und jetzt sind wir hier heute in Kirchheim. Es war einfach, als soll es so sein, als wäre das einfach Teil meiner Mission dabei zu sein. Wir haben hier keine Regeln, keinen Guru und ich liebe es hier zu sein, weil es eine freie spirituelle Gemeinschaft ist. Es ist etwas Besonderes, wir haben uns hier alle eingefunden, um Licht und Liebe in die Welt zu bringen. Gefreut hat mich diese Offenheit, diese Herzlichkeit, diese Menschlichkeit. Wir haben alte Freunde aus Marburg wieder getroffen, die ganze Energie, das ganze Drumherum und der Tempel, also ich war auch ganz gespannt auf Kirchheim. Es ist einfach insgesamt eine sehr stimmige, harmonische Veranstaltung, wo auch die Leute untereinander schöne Synergien entwickeln. Ich glaube, da sind sehr viele verschiedene Emotionen unterwegs und das ist ja auch eine Veranstaltung, das sollte auch so sein. Die Atmosphäre ist immer wunderbar, also Monika ist eine offene Person, das finde ich schön, sie ist für uns da, wenn wir das möchten. Meine Freundin, die ich hier das erste Mal real getroffen habe, die Freundschaft ist tiefer geworden, weil wir uns auf einer ganz anderen Ebene verbunden haben heute. Dann habe ich mich sehr gefreut, auf der Bühne zu sein und vor allem mit Monika zusammen und das war sehr schön. Diese Übungen, die wir zusammen machen werden, die sind einfach grandios. Ich freue mich auf jedes Channeling, auf jede Meditation. Es ist schön, einfach am Erwachungsprozess dabei zu sein, mit mehr Leuten vor allen Dingen. Marburg war ein sehr kleiner Kreis und jetzt sind wir, keine Ahnung, zehnmal so viele. Schon eine schöne Erfahrung. Es bedeutet mir schon viel, dass es heute so gut klappt und dass so viele Leute da sind und das Feedback halt echt gut ist. Ich bin so begeistert, dass so viele Menschen gekommen sind und so viele Menschen diesen Wunsch haben, auf der Erde was zu verändern. Und wir sind eine ganz, ganz große Lichtfamilie und das hat auch gestern jemand zu mir gesagt. Sie hat gesagt, seitdem ich hier bin, fühle ich mich wie zu Hause. Und das war mein Wunsch und das ist so und ich könnte alle umarmen, die heute hier sind. Das heißt, wir sind ungefähr bei über 520 Teilnehmern. Und immer noch arbeiten die Energien, die man heute hier aufgenommen hat, unglaublich in mir. Also es passiert gerade ganz viel energetisch. Ich liebe es und ich komme auch wieder. Das weiß ich jetzt schon. Und aus dieser Familie wird noch viel mehr Größeres entstehen. Das ist heute zu diesem Zeitpunkt so der Startschuss. Das ist heute am Körbedenいき Frage. Gut Thilf chimich. Und lass mich weiter. Das ist überhaupt eine ErmHEN衣. Das ist heute hier. ichced contest mal allen Attack clothes.